Warum stehe ich hier eigentlich alleine und grabe das Loch, während ihr die ganze Zeit dort steht und quatscht? Erstens, du bist der Sklave, äh Azubi und machst deswegen alles. Zweitens, damit die Autofahrer sich darüber aufregen können, dass nur einer arbeitet und drei wie feuchtbefummelte Omas rumstehen. Deswegen muss man einen Helm tragen. Warum haben wir eigentlich seit vier Monaten vor ein Jahr die Autobahn 20 Kilometer lang auf eine Spur verengt? Weil wir das Schlagloch hier vorne fixen müssen. Und wozu haben wir dann den Bagger hier stehen? Ja, den stellen wir immer auf die Baustelle, damit die Leute denken, wir machen ja auch viel. Und wann machen wir das Loch jetzt zu? Nach der Mittagspause. Ah, okay, ich gehe schon mal zum Materialienlager und warte dort auf euch. Hey, warte mal, da will doch jetzt etwa wirklich sechs Monate dort auf uns rufen. Anscheinend hat ihnen niemand gesagt, dass wir nachher noch auf eine andere Baustelle Mittagspause machen müssen.